Teil 9 meiner Geschichte des Wissensmanagement. Warum ich das mache, was ich heute tue. Nachdem ich also die Bertelsmann AG erst als Freiberufler verlassen habe und das eigene Unternehmen gegründet, hatte ich in dieser Zeit natürlich noch verstärkt auch mit Kunden und Unternehmen und Konzernen außerhalb der Bertelsmann AG zu tun. Das heißt, da ist schon deutlich geworden, dass die Unternehmenskultur eine Herausforderung ist für die erfolgreiche Arbeit von Unternehmen. Die zweite Stufe war die Erfahrung aus den Projekten, selbst bei Bertelsmann, aber auch danach, dass der Erfolg der Projekte ganz entscheidend von dem Mitnehmen der Menschen, von dem passende Organisation, von der passende Unternehmenskultur abhängt. Das heißt, es war erstmal die Erkenntnis gewachsen, Menschen und Unternehmenskultur spielen eine große Rolle. Mit der Gründung des Unternehmens kam dann dazu, am Anfang hat man gedacht, okay, alle Menschen denken wie ich, also so wie ich als Gründer mit den ersten drei, vier Leuten, die mitgegründet haben, hat das natürlich auch hingehauen. Aber mit dem zunehmenden Anzahl von Mitarbeitern, ich sage mal ab einer Stufe von acht, neun Mitarbeitern, setzt sich die Erkenntnis durch, es ticken doch nicht alle so. Und damit natürlich auch dieser Lernprozess, dass es Mitarbeiter unterschiedlicher Persönlichkeitstypen gibt. Man bildet sich dann auch tatsächlich dazu intensiver fort und erkennt dann auch, dass es Menschen gibt, die brauchen mehr Sicherheit, mehr Kommunikation, sind eher stetig und gewissenhaft und weniger dominant, nicht so initiativ wie andere. Und man lernt die Vorteile dieser verschiedenen Persönlichkeiten kennen und die optimalen Einsatzmöglichkeiten dafür. Das war für mich ein wichtiger Lernprozess. Ein ganz wichtiger weiterer Prozess war aus dieser Erkenntnis, schon vor Gründung des Unternehmens, dass Wissensweitergabe wichtig ist, dass ich von Anfang an strategisch mit Wissen umgehen sollte, hat dazu geführt, dass wir uns als relativ kleines KMU an dem Bundesprojekt Lernen im Prozess der Arbeit beteiligt haben. Und zwar damals schon mit unserem Projektnamen Wissen im Prozess der Arbeit. Da Lernen für uns schon damals grundsätzlich Bestandteil des Umgangs mit Wissen in einem Unternehmen ist. Das haben wir also vom 01.01.2003 bis zum 29.12.2005 durchgeführt und haben dabei versucht, in unserem kleinen Unternehmen einen ganzheitlichen Umgang mit Wissen umzusetzen. Das in alle Prozesse zu integrieren, in die Projekte zu integrieren, sowohl intern als auch in die Projekte, die wir extern durchgeführt haben. Und natürlich auch schon damals im Sinne der ISO 9001 ein Projektmanagement und ein Prozessmanagement bei uns durchzuführen, was das natürlich ermöglicht hat, diese Wissenprojekte auch direkt mit an die Prozesse zu hängen. Als IT-Unternehmen im Bereich von Enterprise-Portal-Systemen, Wissensmanagement und E-Learning-Systemen hatten wir natürlich dazu auch eine relativ gute technische Voraussetzung, um das Ganze auch durch IT unterstützt durchzuführen. Aber auch hier war von vornherein klar, das war schon einmal im Projektantrag schon klar, dass wir den Menschen und den Nutzen des Menschen in den Vordergrund stellen müssen. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, kann ich im Nachhinein sagen, dass ein ganz Teil der Projektansätze und der Methoden, die wir implementiert haben, auch erfolgreich umgesetzt werden konnten. Insgesamt wurde deutlich aus den Erfahrungen beim Kunden, dass die großen Herausforderungen in der Hierarchie liegen, in der Kommunikation und in dem Mitnehmen der Steakholder, bei allen Maßnahmen, die realisiert werden. Das heißt, es war ganz klar die Erkenntnis, dass Technik nicht die Herausforderung ist, schon gar nicht für uns, wo wir mit der Technik groß geworden sind, sondern das Entscheidende der Mensch ist und die Organisation. Und dass es dort Riesenpotenziale gibt, wenn ich mir das Bild vorstelle, ich könnte in einem Unternehmen mit glücklichen, engagierten und zufriedenen Mitarbeitern, die mitbeteiligt sind, die mit anfassen, die das mit vorantreiben, arbeiten können. Das Vorbild ist für mich bis heute geblieben, den Zustand zu erreichen, wie damals in der Bertelsmann AG 1995. Wie kann ich das in einem Unternehmen umsetzen? Was ist das richtige Bild für den Umgang mit Wissensmanagement? Da ist irgendwann, ich kann nicht mehr sagen, in welchem Jahr, dieses Bild von Gabriele Vollmer dazugekommen vom Wissensgarten. Und das ist für mich das ideale Bild, wenn man sich die Aufgabe eines Wissensmanagers vorstellt. Ich kann also die Wissensweitergabe nicht pushen, ich kann Unternehmenskultur nicht pushen, ich kann das nicht in der Arbeitsanwendung schreiben. Das aber zu sehen, wie ein Gärtner, der plant, welche Pflanzen baut er an, aus welchem Grund, warum, wie muss er sich darum kümmern, das passt für mich optimal. Das heißt, irgendwann im Zeitraum zwischen 2005 und 2010 hat sich bei mir dieses Bild dieses Wissensgärtners als das ideale Bild für einen Wissensmanager verfestigt. Und das Ziel meiner Tätigkeit ist eben genau, dieses Potenzial in den Menschen und der Organisation möglichst zu heben und das natürlich dann technisch, die technische Unterstützung sicherzustellen, wobei eben aus meiner Historie heraus, ich das nicht als das Problem sehe. Ich denke heute, es gibt für jede technische Unterstützung einige Dutzend Möglichkeiten, das mit der IT zu realisieren, sodass ich also erst mir klar werden muss, was möchte ich überhaupt, was ist der Nutzen, warum machen die Leute mit und dann kann ich das auch entsprechend technisch zu unterstützen. Und das ist meine Tätigkeit, die ich heute habe, die Projekte erfolgreich machen und die Technik ist eher Nebensache geworden. Aber die Technik ist nicht Nebensache geworden, weil sie nicht wichtig ist oder keine Rolle spielt, sondern weil sie das Thema ist, was ich sage, was man am besten beherrschen kann.